Musik Die Zusammenstellung, die Kombination, das macht es am schönsten, von überall etwas. Französisches Flair auch, wir haben Bodenständiges aus dem Burgenland. Ja, das ist von Bach über Womperding, Tchaikovsky bis zu traditionellen Weihnachtsliedern. Ich würde einfach sagen, es ist Liebe zum Klang, Lautstärke. Ja, das ist einfach so unsere Verwurzelung irgendwie. Das ist was Neues. Das ist nicht so, dass man einen typischen Orchesterklang hat, sondern dass man tatsächlich einen so außergewöhnlichen Klang findet. Das Speziale ist diese Medli, was wir diese Suite mit verschiedenen polnischen Weihnachtsliedern machen. Wir haben so viele Weihnachtslieder, die man gar nicht zählen. Gesù Bambino, das ist der typische italienische Sängeknaben verkörpernden Jesus. Und das ist so wunderbar musikalisch umgesetzt, passt auch wunderbar zu dem Filmblech. Schöne Weihnachtslieder sind traditionelle und da geht mein Herz auf. Schöne Weihnachtslieder sind traditionelle und da geht mein Herz auf. Knabenstimmen, das ist wunderbar für eine Weihnachts-CD. Und ich bin ja selber ehemaliger Sängerknabe, also somit ist da natürlich eine große Bindung noch immer da und für mich besonders schön. Für uns definitiv eine Inspiration, weil gerade mit diesem Projekt haben wir das erste Mal Sänger dabei und Kinderstimmen lieben wir über alles. Umso mehr bewundere ich die Kinder, also die Jungs, die sind wirklich professionell. Bei jedem Tag waren die bereit und ich weiß, was das bedeutet. Also gut ab. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja.